Ich wünsche einen guten Tag allerseits. Ach du lieber Gott. Na, wie sieht es aus? Läuft er? Oh, wir machen inzwischen gute Fortschritte. Fortschritte, ja. Brauche ich nicht. Ich brauche keine Fortschritte. Ich brauche Ergebnisse. In drei Wochen startet die Rennsaison. Verstehen Sie mich? Ja, ich habe nur schon gesagt, wir sind nicht sicher, ob Andoroyer wieder Rennen laufen kann. Der Sturz hat ihn doch sehr traumatisiert. Sparen Sie sich Ihre Spucke. Kriegen Sie den Gaul wieder hin? Das ist die Frage, ja oder nein? Wie bitte? Das wäre ruhig auch noch. Kriegen Sie den Gaul hin, ja oder nein? Ich habe einen Sack voll Geld in ihn investiert. Er muss liefern. Ja, dann stecken Sie sich diesen Sack in ihn. Natürlich bekommen wir ihn wieder hin. Das hier ist immer noch Kaltenbach. Vergessen Sie das nicht. Wir sind die Besten. Lassen Sie uns nur machen und in drei Wochen ist Ihr Andoroyer neu. Aha. Vielen Dank für Vertrauen. Oh, bitte. Sehr gerne. Danke. 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 Alles gut. Bitte. Danke. Howdy. Heute geht es mal, gr Fast5-D51.